Der 1. FC Magdeburg und der FC St. Pauli trennen sich 1 zu 0. St. Pauli verliert das erste Mal am 21. Spieltag. Also auch das sind nur Menschen, aber ich hoffe, ich gönne es ihnen wirklich von Herzen, dass sie trotzdem in die erste Liga aufsteigen und man muss auch mal verlieren und dann wird man das bearbeiten und hoffentlich in den nächsten Spielen stärker zurückkommen. Ich muss sagen, St. Pauli hatte heute nicht die Selbstverständnis. Das hat man ja gegen Fürth schon gesehen, dass sie anfällig waren, haben das am Ende nochmal rumgerissen mit etwas Glück. Aber Magdeburg musste ja was tun. Die wollen nicht absteigen, die brauchen die Punkte dringend. Und ich muss ehrlich sagen, das 0 zu 0 zur Pause ging in Ordnung. Ich finde sogar, dass Magdeburg etwas besser war. Und gerade in der zweiten Halbzeit hat St. Pauli ja mit vielen Ballverlusten darum gebettelt, eigentlich in Rückstand zu geraten. Und so war es dann ein katastrophaler Pass vom Torwart, der seinen Kollegen in der Innenverteidigung völlig unter Druck bringt, völlig unnötig. Anstatt das Ding einfach nach vorne zu dröschen, die Magdeburger setzen nach. Pass auf Artic, keine Chance. Abstauber 1 zu 0 für Magdeburg in der 72. Und ich würde sogar sagen, das ging in Ordnung. Vielleicht hatten sie nicht mehr Chancen, aber insgesamt fand ich Magdeburg bissiger. Und diese Selbstverständlichkeit, die St. Pauli über die Wochen ausgezeichnet hat, war heute absolut nicht vorhanden. Wie gesagt, ich denke, St. Pauli wird in den nächsten Spielen stärker zurückkommen, aber für Magdeburg war das ein ganz wichtiger Dreier im Kampf gegen den Abstieg. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen. Wir hören uns im nächsten Video und ciao, haut rein!